Hallo und herzlich willkommen zur, äh, 101. Folge von Trojay and Stable. Ähm, 3. Ich war auf der Suche nach Maze, ich habe keins gefunden, aber ich habe das hier gefunden. Ich war in einem, ich bin jetzt gerade im Magic, äh, Forest und was ich bisher, äh, im Encharted Forest, oder? Encharted Forest. Ähm, und zwar habe ich da was gefunden, und zwar... Das magische Schaf! Hi! Question Ram. So, äh, das Lustige daran ist nämlich, äh, was heißt lustig, ähm, dieses Schaf möchte gerne Wolle haben. In allen möglichen Farben. Ähm, kann ich, wo habe ich mein, da. So, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen müssen, mit weiß oder mit blau? Ah, genau. So, und ihr seht jetzt, das hat so eine Streifen. Wir können das jetzt mit jeder Wollfarbe einmal machen, und das Schaf wird dadurch länger. Moment. Ähm, ups, nicht so scharf treffen. Äh, ich gebe mir mal ein paar Blümchen. Äh, 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 nein, nein, nein. Okay. So, dann machen wir uns einfach mal. Wir brauchen alle 16 Wollfarben. Äh, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Äh, ich weiß gar nicht, kann ich nur ein Wolle fair machen? Ja, gut. Hi! So, äh, äh, dann haben wir noch. Girl. Du bist hin. Schäfchen. Da. Hi. Ich, ich, ich muss dir Wolle geben. Lauf nicht weg. Ähm, wop. Roach. Äh, was haben wir noch? Light Grey. So, da. Äh, Ink kann ich mir noch bestellen. Ein paar Stück und Bonemeer. Dann können wir nämlich nochmal grau mixen. Äh, da. So, lauf nicht weg. Ihr braucht dich noch. So. Äh, äh, so mal grau. Äh, mal schwarz. Okay. Wo bist du? Hi. Hi. So, jetzt haben wir schon ein paar Farben. Äh, es fehlen aber immer noch welche. Blau haben wir ja schon. Aber wir brauchen noch. Ähm, das dürfte ich ja auch mixen können, ne? Moment. Ich glaube, das konnte ich auch mixen. Das und das. Sehr gut. Light Blue. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, äh, ich, ich hab's nur gefunden und ich fand's lustig, weil ich das bisher noch nie selber gefunden habe. Äh, und es wird halt extrem lang und fett und keine Ahnung. Ähm, okay. Äh, hab ich noch Green? Ähm, ja, macht das Ding. Okay. Ähm, March and Passile. Okay. Brauchen wir noch ein zweites Grün, merke ich gerade. Denn... Lime haben wir schon, aber wir haben noch kein Grün und wir haben auch noch kein Cyan. Nehmen wir erst mal Cyan ganz kurz. Und dann bestell ich mir nochmal was Grünes. Hi. Äh, Green, Mystical Green Flowers. So, warum singe ich? Hilfe. So. Gut. Gut. Das und das. Okay. Das freut sich. So wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das werden wir noch ein paar Farben. Gucken wir mal nach. Äh, wir haben, nehmen wir Pink. Magenta haben wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen noch Rot. Haben wir hier irgendwo ein rotes Blümchen? Dann können wir Lila mixen. Ähm. Ähm. Wo müssen wir drauf? Ja, guck mal. Hier haben wir schon mal Pink. Oder Magenta. Haben wir das schon mal gespart. So. Okay. Dann brauchen wir noch Lila. Das haben wir wahrscheinlich hier nicht. Okay. Kommische Blumen. Ähm. Aber irgendwas Rotes vielleicht. Dann können wir Lila mixen. Ähm. Ähm. Hello. Das, das, das. Haben wir hier irgendwas Rotes? Sind wir, haben wir. Pink. Ich glaube, Pink war auch eine Farbe noch, ne? War eine Pink-Flaue? Äh. 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 Lass mich hier hin. Ich will jetzt nicht einsammeln. Oi. Ist das Pink? Pink. Yay. Okay. Wo ist denn? Das ist scharf. Da. Okay. Ähm. Das haben wir. 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 Grey Hammer. Cyan Hammer. Purple fehlt noch. Brown. Okay. Moment. Brown können wir holen. Brown wo? Habe ich eigentlich noch vielleicht andere? Ups. Jetzt habe ich den Obsidian-Totem bestellt. Ne, anhabe ich auch nicht. Okay. Hm. Dann werde ich packen. Tschüss. Ups. So. Braun. Es kommt sogar hierher. Oder? Ganz klar. Ja. So. Das Schaf wird einfach nur viel zu fett. So. Wartet. Ah. Rot. Sehr gut. Achso. Das ist Magenta. Eine Purple Flower. Gibt's. Müsste es ja eigentlich auch ein Botanier geben. Aber ich. Äh. Ja. Egal. So. So. Und so. Und dann. Ähm. Lapis. Lazuli. Äh. Da. So. Ja. Wie gesagt. Wir machen das jetzt, weil ich's cool finde. So. 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 Wo bist du hin? Da ist der Hai. Okay. Haben wir jetzt alle Farben eigentlich? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Eine Farbe fehlt noch. Oh Gott. Orange fehlt. Okay. Geh mal hin. Schwupp. So. Dann kann ich schon mal den Rest wieder wegpacken. Ähm. Das wird nicht mehr brauchen. Das kann alles weg. Braucht man nicht mehr. Okay. Wohne. Das Ding. Ups. Weg. Weg. Brauchen wir alles nicht mehr. Go. Und nun? Yeay. Ich find's so genial. Wir haben jetzt einen Goldblock, einen Lappysblock, einen Emeraldblock, einen Albumblock und einen Diamantblock. Dankeschön. So. Und nun? Kann ich das mitnehmen? Kann ich das einfach so mitnehmen? Ja. Kann ich das einfach so mitnehmen? Ja. Ich hab immer noch keine Möglichkeit gefunden, dieses Maze zu finden. Also ich hab dieses Maze immer noch nicht gefunden. Ähm. Hm. 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 Könnte ich nochmal gucken. Das wäre... Das wäre... Ich weiß jetzt nicht was Spawn... Ähm. Ich muss jetzt noch ein bisschen suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mache ich jetzt mal einen Cut. Weil ansonsten fliege ich jetzt 20 Minuten durch die Kante und weiß nicht wo ich hin muss. Ne? Also wir finden das schon. Bis gleich. Ja. Ah. So. Äh. Da sind wir wieder. Ähm. Ich habe es gefunden. Das Maze. Okay. Ähm. Dann. Ah. Dann wartet schon jemand auf uns. Komm ich hin? Nein. Nein. Ähm. Ähm. Die Frage ist jetzt. Ähm. Wir müssen ja eigentlich nur... Moment. So. Das ist für YouTube dann. Der Rest ist ja eigentlich ja wirklich egal. Äh. Ich habe gerade gelesen. Ich soll mal einen Nano-Saber. Ähm. Verzaubern. Mit. Äh. Also es geht mit Büchern. Es geht ja. Man kann ja alles verzaubern. Man kann ja auch Brote mit Büchern verzaubern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ich glaube mindestens jedes Tool. Ähm. Von daher. Ähm. Ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und ich habe da auch ein paar Dinge vor. Was wir machen könnten. Aber das braucht noch ein bisschen Vorbereitung. Ähm. Ah. Ich höre eine Kuh. Ah. Da sind sie. Ähm. Das Schöne ist. Die rennen immer los. Und dann stürmen die auch an dir vorbei. Ach. Guck mal. Dann wird ein paar Slime. Hallo. 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 Böse Kuh. Okay. Das sind so komische Mace Slimes. Die brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir sind nur auf der Suche nach einer Sache. Und zwar nach dem Weg nach unten. Ich kann mal ganz kurz die Karte gucken. Sehen wir da irgendwas? Da. Oh. Nein. Au. Ich habe den Meister und kann man nicht kaputt machen. Kann man den jetzt kaputt machen? Ich glaube es dauert einfach nur ewig. So. Ah. Ähm. Komm wir bauen das mal wieder hin. Mensch wir wollen es doch schön hinterlassen. Das ist der Boden. Das ist äh das da. Und das ist... War ich nicht. Böse. Hi. Na? Hi. 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 Okay. Ähm. Dann gucken wir mal jetzt hier rein. Äh. Ein bisschen steilig. Okay. Ne. Das ist äh nicht so interessant. Ähm. Denn wir brauchen... Hab ich schon gesagt. Mighty Stroganov. Also ich... Ich hoffe ich habe es gesagt. Brauchen es halt. Mighty Stroganov. Alter diese Kuh. Ähm. Denn ohne sie... Können wir nicht... In ein anderes Gebiet vordringen. Und... Die nächsten... Boss besiegen. Jetzt kommt gleich die Kuh von hinten an den Rand. Aber wir sind schneller. Und wir sind auf der Kasse. Okay. Ähm. Jetzt sind wir hier... Wo sind wir runter gekommen? Sind wir hier runter gekommen? Blöde Kuh. Ähm. So. Sind wir ja zum Glück schnell genug. Ah. Aber ich muss sagen. Es macht mal Spaß den... Moment. Hier ging es auch noch mal. Äh. Den Dungeon mal so durch zu machen. Ich habe bisher versucht es immer relativ... Human zu machen. Indem ich wirklich nur dann... Also relativ früh schon reingehe. Aber es hatte ja geleckt als ich rein wollte. Äh. Und jetzt sind wir halt wirklich eigentlich... Viel zu gut schon... Wir waren damals glaube ich schon als ich... Ah. Ich habe es gefunden. Hier geht es runter. Okay. Dann einmal ganz kurz hier aufbuddeln. Und hoppala. Hi. So. Und jetzt müssen wir... Äh. Gucken. Wo wir denn... Die große Kuh haben. Danach suchen wir jetzt nach der großen Kuh. Ach. Das sind Pilze. Ähm. Wir suchen die große Kuh, die uns... Das ist Rockanoff. Äh. Geben dort. Hier sind wir reingekommen. Da ist Lava. Da will ich nicht hin. Da... Gehen wir aber hier rum. Hm. Hm. Hi. Das ist nicht nach so Gunpowder. Ich dachte das hat irgendwas tolles gedroppt oder so. Sind überall Pilze. Hm. Äh. Da kann sein. Äh. Moment. Wir können doch eigentlich... Ach Mensch. Hi. 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 So macht's auch Spaß. Hi. 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 Oh. Na. Tschüss. Nein. Tschüss. Der Slime. Sind wir jetzt hier? Ja hier sicher einen Pilzraum. Okay. Wir suchen aber den großen Kuhraum. Ähm. Das war der Pilzraum. Wir können mal hier lang gehen. Oh. 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 Wir sitzen auf der Spinne drauf. Auf dem Vieh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich doch alle in Ruhe. Ach. Geil. So. Hier sind nochmal die Spawner von den komischen Kühen. So. Dann gucken wir nochmal hier lang. Dann gucken wir nochmal da lang. Dann gucken wir nochmal da lang. Dann gucken wir nochmal da lang. Und dann nochmal hier lang. Und jetzt sind wir wieder hier. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Ich glaube ja. Oder auch nicht. Ich bin sehr verwirrt. Diese Maze sind immer. Ne. Wir sind nicht im Kreis gelaufen. Wir sind dahinten. Warte mal. Wo renne ich jetzt? Das ist die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung. Also jedenfalls. Möchte ich jetzt mal in die Richtung laufen. So. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da. Ähm. Vielleicht finden wir es hier irgendwo. Ähm. Mal gucken mal. Bin ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, das Portable Hole zu nutzen. Oh. Warte. Äh. Germ of keeping? Den kann man mitnehmen. Den kann man mitnehmen. Ah. Hier. Da ist de Mighty Cowo. Die großartige wunderbare Kuh. Als wir jetzt wunderbar töten werden. Ups. Dann ist die zurück weg. Vielleicht kann ich durch den Zaun schießen? Hier. viktigt. Ach komm wir haben wir's wieder schnell. Au. Komma her. Komm her! Kuh! Was? Oh! Die Kuh ist nicht tot, aber sie hat ihre Waffe fallen lassen durch unser Dis... ähm... unser Disarming Enchantment. So geht's natürlich auch. Oh, und ich wollte noch ganz kurz was anderes zeigen. Stopp! So, wir haben die Mighty Strogan auf, die müsste ich wahrscheinlich nicht mal kurz werfen. Ah, ne, wir haben sie anscheinend schon. Und wir haben zwei Minotaur X, weil das Ding... Ah, cool. So kann man sie anscheinend tupen. Oder verdoppeln. Keine Ahnung. Mehrmals kriegen. Maze Wafer. Äh... Ironwood Maze Map Focus. Okay, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr eigentlich. Maze Wafer. Hier noch was. Ironwood, nochmal so ein Maze Map Focus. Okay, dann... Tschüss! Stimmt. Wir müssen ja zurück, warte, wo ist der Ausgang? Und da sind wir hingekommen. Okay. Hui, hui, hui! Und dann irgendwie hier so... Ah, fast! Jetzt sind wir hier durch. Und dann auch. So, okay. Äh, und nun, der Ausgang hier war wo? Da unten. Okay. Die Richtung. Chipp, 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 chipp. Chipp, chipp. Wo bin ich? Was kann ich hier? Nein, ich komm da ja nicht hoch, stimmt. Äh... Ist hier irgendwo... Hier komm ich raus. Gut. Okay. Okay. Ähm... Dann gucken wir mal weiter. Achievements. Ähm... Zweifel vollst. So, wir haben das. Als nächstes die Hydra. Okay. Los gehen wir hin. Wie du Tauro sagst. Ähm... Mighty Stronghand auf keinen Arbeitsmarkt. So. Folgendes. Und zwar gibt's noch das Crumble Horn. War das eigentlich ein Achievement? Ich glaube nicht. Ist das Horn irgendwo ein Achieve... Ich glaube nicht. Doch da! Ja. Give the Crestram what it takes. Habt gehört. Jetzt hat... Man sieht's halt da nicht. Warte mal. Haben wir hier irgendwo Dirt, wo ich's zeig? Da kann ich's zeigen. Ähm... Dieses wunderschöpare Hörnchen macht das hier. Es macht aus... Clean Stone, Cobblestone und dann Gravel und Mind das alles. Ähm... Ein wunderschönes kleines Hörnchen. Was halt Damage kriegt auch über Zeit. So. Jetzt brauche ich mal gucken. Denn wir haben... Ups. Da. Äh... Wir haben nämlich hier auch gleich ein Hydra. Dann können wir gleich mal einen Besuch abstatten. Machen wir noch die Hydra fertig. Und dann... Äh... Können wir da irgendwas anderes... Können wir so ein... Ne warte, Frost. Frost. Immer so ein Bällchen werfen. Da kann ich gleich mal... Moment. Dann machen wir das gleich mal. Denn in diesem Gebiet hier... Von der Hydra... In diesem... Wo bin ich? Da bin ich. In diesem Feuergebiet. Müssen wir das eh ein bisschen leer lassen. Da werden wir gleich immer mal so ein paar Fontänen aufsteigen sehen. Und die möchte ich gerne mal mit Cleans... Äh... Mit Cleans... Äh... Silk Touch schon abbauen. Dahin ist Hydra drin. Ähm... Da ist eine wunderschöne Deko-Sache. Sind wir grad gar nicht, habe ich. Ja, okay. Es leckt nicht. Äh... Versuchen wir mal was zu finden. Wo ist denn so ein Fire Charge? Da ist die Hydra dann. Mh... Ah... Guck mal. Da haben wir Rauch. Es gibt... Es gibt Flammen und es gibt Rauch. Die könnt ihr mit Silk Touch abbauen. Weiß nicht, ob es mit äh... Anderen Sachen auch geht. Aber Silk Touch ist das einzige mir bekannte, was das Zeug abbauen kann. Kann auch sein, dass es sich mittlerweile geändert hat. Oh, ich hab die Hydra auszusehen spawnen lassen. Na gut, dann töten wir sie schnell. Ich will immer so Bällchen werfen. Pew! Pew! Let's... Pew! Ist einfach egal. Toll. Okay. Ach komm. Wo bist du? Hydra! Ah, oh mein Gott. Hat er mittlerweile schon mehr Köpfe? Ne. Wir müssen mal den Kopf kaputt machen. Warte mal. Ah, okay. Denn wenn man einen Kopf bei einer Hydra kaputt macht... Was passiert? Was ist die Eigenart einer Hydra? Genau. Es entstehen... Zwei neue Köpfe. Ich hab's grad auf dem zweiten Wort. Ja. Und das ist ein bisschen laut. Ich hör zum Beispiel gerade manche Musik. So, jetzt nochmal den Kopf kaputt gegangen. Jetzt kommt nochmal zwei neue, wie wir gleich sehen werden. Und die Hydra hat sich selbst getötet. Ganz oft jetzt. Okay. Ähm. Yeah. Fiery blood. Okay. Hydra-job. Okay. Ähm. Okay. Äh. Das Snytor packe ich mir weg. Äh. Brauchen wir ja nicht die ganze Zeit lecken zu lassen hier. Hat sich die Hydra selbst gekillt. Äh. Das ging schneller. Äh. Ups. Nein. Falsch da. Ähm. Feierfors. Eine... Äh. Was haben wir? Claim your title by placing a trophy on the pedestal in the dark forest runes. Und dann müssen wir da... Okay. Äh. Haben wir da irgendwas hier in der Nähe? Da unten. Einmal quer über die ganze Karte. Ihr findet übrigens bei der Hydra, wie man hier vielleicht schon so halb sieht, findet ihr auch relativ viele Ärzte nochmal. Das ist im Endeffekt so ein halber Erzhügel sogar. Äh. Mit ohne Spawner. Alt Hydra dafür. Mal hier. Oh mit. Oh. Tempos. Oh. Und das war eine. Oh. Okay. Na gut. Ähm. Dann ist auch noch eine. So. Dann gehen wir mal ganz schnell darüber. Die, die wir spawnen ja auch. Das finde ich nicht toll. Oh. Ich hab... Ich hab so viele Dinge. Ich hab mir... Ich hab mir... Ich muss das mal ganz kurz loswerden. Ich hab die letzten zwei Tage so viel aufgeschrieben, was ich gerne in meinem Mod machen möchte. Also wie der Mod sich jetzt entwickeln soll. Was jetzt als nächstes passieren soll. Äh. In der Entwicklungsphase. Und ich hab so viele verkackte Dinge. Das ist schlimm. Also. Ja. Äh. Im Endeffekt. Äh. Wer von euch Witcher 3 gespielt hat. Der. Der. Weiß so ein bisschen was kommen wird. Ein Haufen Zeug. Weil ich hab ja vor die Rüstung zu kosten. Aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber ich muss... Na gut. Ich muss Zeit überbringen. Deswegen müssen wir da sein. Ähm. Da hab ich jetzt mir überlegt. Wie könnte man das am besten jetzt noch weiter umsetzen. Ich hab jetzt ne Idee wie es gut ginge. Was für Items man auch noch hinzufügen könnte. Und. Allein sowas hier. Fiery Blood. Ich find die Idee einfach nur richtig geil. Und sowas. Sowas möchte ich auch haben. Allerdings. Naja gut. Mal gucken. Ich hab mich jetzt auch ein bisschen in. Einen Map Generator eingelesen. Also. Was heißt Map Generator. Äh. Weiß nicht. Wird wahrscheinlich keinem von euch was sagen. Perlin Noise Generator. Ist im Endeffekt ein. Äh. Höhen. Höhenlagen Erstellungs. Algorithmus. Der im Endeffekt. Höhenlinien. Erzeugt. Random Höhenlinien. Mit denen man dann arbeiten kann. So. Und jetzt sind wir hier im Wald. Und jetzt brauche ich wieder mein. Ach Licht. Sehr gut. Ähm. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen geradeaus. Oh guck mal Kaninchen. Und dann eigentlich hin. Ich ähm. Meine Nasehub gerade ist. Tut mir leid. Ähm. Und zwar wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Ich sollte mal. das Eichhörnchen mitnehmen. Das ist gar keine schlechte Idee. Das können wir machen. Wo ist das Eichhörnchen hin? Eichhörnchen. Wo bist du? Hallo? Eichhörnchen. 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 Das ist ein Pilz. Also da ist ein kleines Kaninchen. Kleines putziges Häschen. Aber ich glaube das Eichhörnchen habe ich verloren. Na gut. Wir finden sie ja neu. So. Und dann immer noch weiter. Hier irgendwo muss dann der Eingang in die Ruinen sein. Also in den. Und das Unterurgy Dying. Sehe ich es doch. Ne. Das war eine Birke. Ach doch. Ne. Sehr gut. Okay. Und zwar in diesem wunderschön dunklen Forest. Wo ihr wahrscheinlich gerade gar nichts seht. Ähm. Außer halt das Licht was ich jetzt im Moment mache. Durch Hyper Energetic Nitor. Was genial ist. Wie ich finde. Äh. Müsst ihr aber aufpassen. Es kann sehr stark längen. Ähm. Ich meine ich. Renn hier so mit. Äh. 200 Frames rum. Und ich habe jetzt in der Aufnahme dadurch gerade 30. Nur damit ihr Bescheid fest. Äh. Es sind ein Haufen Licht Updates. Und Licht Updates sind das Schlimmste was es in Minecraft gibt. Ich bin gerade überlegen. Ach ne. Ich komme wahrscheinlich auch nicht rein. Ach ne. Wir brauchen ja eh den. Ach. Ich hab's gefunden. Gut. Ich will immer sagen auch wir müssen jetzt irgendwas finden. Und in dem Moment finde ich's schon. Das Ding kann ich schlecht abbauen. Und ich hab irgendwie viel zu viel Scheiß dabei. Moment. Weg 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 weg. Äh. Hydra Job kann auch erstmal weg. Ich hör schon wieder jemand hinter mir lachen. Hä. 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 So. Und zwar kommen wir hier unten nicht rein. Das Ding geht nicht kaputt. Das ist wie Bedrock. Aber hier ist so ein Pedestal. Ähm. Wo wir einfach ne Trophy draufsetzen müssen. Und. Babam. Also erstens das Hydra Kopf. Wunderschön. Äh. Wir kommen jetzt in diesen Dungeon rein. Und der Weg wurde uns eröffnet. Und hier unten haben wir so einen Haufen von diesen ganzen unterschiedlichen Viechtern. Die sich gegenseitig gerade zerstören. Was ich sehr witzig finde. Ähm. Ich weiß gar nicht. Bin ich eigentlich unten? Sind immer noch auf mich gefokust? Ja. Okay. Schade. Ja. Wie können wir... Kann ich... Kann ich... Kann ich dann jetzt hier? Ja. Ciao. Äh. Nicht Ciao. Pfff. So. Wir müssen jetzt nämlich nach unten kommen. Und dann machen wir das immer ganz einfach. Tschüss. Moment. Es ist nicht immer unten. Es ist... Es ist irgendwo. Und diesmal brauchen wir hier theoretisch keine... Naja. Da fackeln wir vielleicht irgendwann gar nicht mal so schlecht. Damit wir wissen wo wir waren. Denn wir müssen einen gewissen Dungeon finden. Einen gewissen Raum. Pfff. Okay. Da fällt es doch jetzt durch. Ähm. Ich weiß gerade nicht. Zeigt es mir gar nicht auf der Map. Wo bin ich? Zentrier. Da bin ich. Okay. Vielen Dank. So ist das Vieh. Ähm. Denn es gibt einen Raum den wir finden müssen. Und ich glaube der ist eigentlich... Ähm. Immer weiter unten. Ich muss jetzt nochmal... Okay. Da unten können sie hinspringen. Da ist doch irgendwo... Der Dungeon geht doch hier sicher irgendwo weiter oder? Hier? Ne. Ich guck mal kurz rum. Ich guck mal kurz rum. Ne. Wir waren doch eben an der Stelle wo wir einfach in die unteren Etagen konnten. Wo ist denn... Hier geht es auch runter. Okay. Und... Sackgasse. Ich guck mal kurz rum. Nicht für uns. Ah. Ich hab ihn gefunden. Okay. Das ist der Raum mit den ganzen... Oh fuck. Warum sind hier so viele andere Mobs drinne? Moment. 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 Hier sind so Phantom Knights. Ähm. Normalerweise müsst ihr hier auch das ganze Zeug durchsammeln. Aber... Ich... Alter. Aber ich glaube das kennt ihr auch schon zur Genüge mittlerweile. Äh. Weil wahrscheinlich kennt ihr alle Soundcraft. Äh. Nicht Soundcraft. Sondern... Äh. Twilight Forest. Äh. Und... Ähm. Ich rate euch wirklich... Genießt ihn mal. Äh. Problem ist gerade. Ich will den jetzt durchmachen weil ich ihn angefangen habe. Ah. Living... Life Roots. Yay. Die sind die einzigen die was droppen. Und zwar so Live... äh. Life Roots. Aus denen könnt ihr... Äh. Iron Root machen. Und aus denen könnt ihr so eine Rüstung machen. Ist jetzt nicht unbedingt die stärkste aber... Hm. Gott. Mhm. Ich bin eigentlich jetzt nur noch auf... Äh. Ich will eigentlich nur noch eine Sache haben. Hm. Ich weiß nicht ob wir es heute noch schaffen. So. Ich nehme das mal alles mit. Ne? So. Speicherplatz haben hoffentlich genug. Zuhause. Okay. Achievements. So. Zweifels. Wir haben es geöffnet. Als nächstes kommt der Ghast. Okay. Ab nach oben. Und... Achso. Wir kommen nicht durch Laub, ne? So. Das ist aber kein Laub. So. Und hier hinten wird wahrscheinlich dann gleich der Ghast sein. Könnte ich wetten. Ja. Okay. Sehr gut. Dann können wir gleich noch auf die Spitze fliegen. Dann machen wir noch ein Ghast fertig. Es ist nicht so wie man Twilight Force erleben sollte. Ich möchte das ganz kurz nochmal sagen. Nur ich möchte einfach nochmal austesten wie so Boss-Mobs auf mich reagieren im Moment. Äh. Und bisher reagieren sie sehr geschockt. Hahaha. So. Ähm. In diesem... Ich kann das mal ganz kurz... Ich will das mal zeigen. Und zwar in diesem Dungeon. Ähm. Gibt es hier so Dinger die ihr aktivieren könnt. Gibt auch wieder einen Haufen Loot. Ähm. Sachen. Und es gibt auch Raumschlüssel. Ihr könnt das theoretisch abbauen. Oder ihr... Ich versuche das mal zu finden. Moment. Hab ich irgendwo einen Schlüsselraum? Muss doch irgendwo mal ein Schlüsselraum sein, oder? Hm. 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 Ich probier's nochmal ganz kurz hier unten im Hauptdom vielleicht. Moment. Irgendwo hier ist eine Ebene zum was tun. Haben wir hier einen Schlüsselraum? Nein. Drunter. Oh. Ähm. Da vielleicht. Das ist ein Labyrinth. Äh. Das ist... Ah. Ähm. Hm. Hm. Schade. Ich... Ich... So wirklich nach so'n... Äh. Äh. Raum mit... Äh. Schlüsseln. Einfach nur was zu zeigen. Ah. Hier. Da. Was? Ich töte mal ganz kurz die Flüche hier. Äh. Und zwar kommt ihr hier nicht durch. Man braucht vier so Schlüssel. Und diese Schlüssel findet ihr in den Türmen. Könnt ihr dann hier reinlegen. Könnt ihr vier... Braucht ihr vier Stück. Das gibt's auch mehrmals. Manche Türme haben mehrere davon. Könnt ihr öffnen, dann kommt ihr in ein anderes Segment. Moment. Ihr könnt euch theoretisch auch versuchen reinzubauen. Ähm. Das funktioniert aber... Ja. Na gut. So. Äh. Ich mach mich mal nach oben. Denn wir möchten ja nur noch den Urgas... Okay. 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 Hier ist Carmite hochgegangen. Das... Äh. Das ist das Zeug hier drinnen. Das Ding da. Carmite Reaktor. Den kann man aktivieren und dann macht's Boom. Ich will die Gastieren. So. Nehmen wir das mal mit. Das nehmen wir auch noch mit. So. Äh. Ich rate euch das nicht zu tun, wenn ihr... äh... Wenn ihr keine gute Rüstung habt. So. Okay. Dann packen wir das mal ganz kurz weg. Noch ein paar... bisschen Zeug hier. Okay. Okay. Urgas. Ich komme. Hi. Komm. Na komm. Na komm. Achso. Den muss ich... Muss ich das ernste... Moment. Komm her. Na verdammt. Komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber Gerschen. Komm mal hier rüber. Sehr gut. Nein. Verdammt. Warum ist das kaputt gemacht? Arsch. Ach. Scheiß Rex hier rüber Putsch. Ist der über mir? Ne. Wo ist er. Da ist er. Komm her. Komm. Wo soll's hier herkommen, Mensch? Weißt du, wenn du nicht herkommst Dann tut es mir wirklich leid Ich wollte jetzt allen Leuten zeigen Wie wunderschön das funktioniert Dieses wunderschöne Einfangen Und Festzeppen von mir Aber wenn du nicht willst Ich wollte es ja Böse So Der Loot von dem Ding spawnt übrigens hier In der Mitte in der Kiste Nicht, dass er jetzt an der Stelle Dann irgendwo hinfliegt, wo er ihn getötet hat Hier drin ist auch die Trophy von ihm Gut, so Dann noch ein bisschen Carmite und Fire Tear So, okay Dann war das nächste Beziehungsweise, Moment Brauche ich da das noch? Ne, hat er gezählt Okay Yeti ist in diese Richtung Aber ich glaube, das schaffen wir in dieser Folge nicht mehr Das heißt, wir machen nächste Folge nochmal ein bisschen Twilight Ich lasse mir da heute einfach mal Ein bisschen mehr Zeit Das letzte Mal habe ich ja immer so gemacht Dass ich praktisch zu den Dingern hingegangen bin Und gesagt habe, okay Ich habe ja die Dungeon durchgemacht Ich weiß nicht, wie ich das in zwei Folgen immer geschafft habe Hab ich da Überlänge gemacht Nur wir haben ja jetzt schon eigentlich Überlänge Was heißt Überlänge? Ich denke nur an meine Upload-Zeit Denn Das ist einfach nur nervig sonst Weil ich Ewig viele Stunden dann unterwegs bin Was jetzt? Regen? Aufhören? Zählt nicht Okay Gut, dann stelle ich mich mal irgendwo unter Dass es nicht ganz so schrecklich ist Ähm Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Oh, die Krille Ah, die sind überall Sie sind überall Ähm Bedanke ich mich fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm Ist jetzt nicht so unbedingt das Tollste Aber ich möchte gerne mal mein Zeug austesten Und wenn wir dann fertig sind Ich habe eine tolle Idee für Nano selber Was wir dann machen werden Aber dafür werden wir ein bisschen Mein Factory machen müssen wahrscheinlich Für das euch vorhaben Aber wir werden sehen Vielleicht geht's auch ohne Gut Dann Auf Wiedersehen Noch einen schönen Tag Und Äh Ja Ciao Ne? Noch einen Hübschen Tag Keine Ahnung Macht was draus Jetzt sind wir wieder der entscheidende Faul Jetzt sind wir wieder hier Ach ja, wir sind wieder hier Guck mal Und so Ist der Anfang der Folge Auch der Ende Das Ende Das Ende, ja Das Ende Gut, dann Jetzt wirklich Tschüss Auf Wiedersehen Und Ich versuche den Remake zu kriegen Ciao Moment Ist das Panner mit schon ein bisschen Wolle drinne? Okay Habe ich nicht gucken Okay Ich lasse mich ablenken Ich muss wirklich Weil sonst sitze ich 10 Stunden bei Upload Okay Tschüss 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 Ich lasse mich ablenken Tschüss